Was im letzten Video geschah. Ich wurde einfach bestraft, Freunde, und ich habe ein Ei auf dem Kopfbuck. Warum? Weil ich zu cool war. Ich habe einfach versucht, irgendwie zu cool zu sein und den Ball cool reinzumachen. Ich habe Baneca gemacht. Ich dachte, ich wäre sie dann. Aber ich wurde nicht alleine bestraft, sondern Sana auch. Und er hat das so schlecht geschossen, Alter. Schlechter als ich. Ich meine, ich war mindestens einfach cool. Na ja, Freunde, jetzt werden die Haare erstmal gewaschen. Und let's go zu der nächsten Challenge. Wir machen jetzt Two-Touch-Challenge. Und zwar, der Verlierer kriegt wieder mal ein Ei. Aber jetzt machen wir Turnier-Modus. Und zwar, wer trifft, kommt weiter. Verlierer direkt raus. Ronaldinho. Komm an, Ronaldinho. Ronaldinho. Brasileiro, receba. Show him. Show him. You're dick. Ja. Out. Ronaldinho, out. Diar, komm an, Diar. Verlierer direkt raus. Okay, der Ball war schlecht. Komm da. Sana, 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 Sana. Wayo, touch, clean, schuss. Oh, shit. Yalla, Julian. Julian, der kann gute volleys. Oh, Julian. Ich werde, ich werde, ich werde. Ich werde, ich werde. Schuss. Oh, shit. Ich werde, ich werde. Ich werde, ich werde. Ich werde, ich werde. Out. Oh, ist out. Ist hier out? Ja. Scheiße, Mann. Wenn er trifft, dann werden wir alle bestraft. Alle. Willst du uns alle bestrafen? Sana ist zu lieb, Mann. Sana ist zu lieb. Sana ist zu lieb. Ja. Ab da wusste ich schon, jetzt wird es ernst. Jetzt brauche ich mein Kurdistan-Trikot, damit ich mein Power rauslassen kann. Gebt euch mein sexy Körperhalter. Jetzt ist mein Kurdistan-Trikot da und jetzt werde ich treffen. Einmal für Kurdistan-Tor schießen. Ich war stolz. Ich wusste, dass diese Power rauskommen muss. Aber ich habe trotzdem verkackt. Es tut mir leid an alle meine kurdischen Freunde. Ich habe euch alle enttäuscht. Ich bin selber enttäuscht von mir. Aber ich war nicht der Einzige, der immer verkackt hat. Jeder hat verkackt. Wir haben versucht und versucht und versucht. Aber wir haben das Tor nicht getroffen. Keiner hat das Tor getroffen. Das heißt, wir müssen einfach weitermachen, bis einer das Tor trifft, damit die anderen bestraft werden können. Und ich habe wieder mal verkackt. Sorry nochmal an alle meine Kurden. Aber der Schuss war gut geschossen. Der wäre eigentlich Winkel, aber der Torwart ist einfach zu Manuel Neuer geworden. Und nach 100.000 Runden jetzt wird Zeit, damit einer trifft, damit wir einfach endlich nach Hause gehen und die Challenge beenden können. Und jetzt ist einfach Diyar dran und Diyar verkackt einfach. Aber Freunde, einer, nur einer muss treffen, damit wir einfach alle anderen bestrafen können. Aber anscheinend, unser Torwart will uns einfach nicht treffen lassen. Und jetzt bin ich dran. Und ich, ich werde derjenige sein, der treffen wird. Oh nein, natürlich nicht. Ich bin einfach zu schlecht dafür, Alter. Aber es gibt noch zwei, die das machen können. Und ich wollte euch nur Sanas großen Arsch zeigen. Und Sana versucht es auch, aber er ist auch Kurde und er ist auch schlecht, so wie ich. Okay, Freunde, ich muss ja nicht lügen, aber der Schuss war echt sehr gut. Trotzdem hat er nicht getroffen. Und jetzt kommt der Spanier mit dem Ronaldinho-Trikot. Wird er es schaffen? Und einer muss es machen und er hat es geschafft. Und gibt euch seinen Jubel auf Spanisch, Brasilianisch, Mirianisch. Ja! Pura, Gio, Caralho! Pura! Olha! Endlich einer hat getroffen. Mira! Ronaldinho! Okay, Junge, du hast getroffen, aber übertreib ja nicht, ja? Übertreib doch nicht. Na ja, Freunde, das heißt für uns jetzt Bestrafung. Bestrafung für uns alle. Julian, Julian, Julian. Julian, lecker! Lecker, Julian! Boom! Lecker! Ja, genau. Do it! Lecker! Lecker, 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 lecker! Und das Beste kommt zum Schluss. Und jetzt sind Diyar und ich dran. Ja, Freunde, ich habe mich auf die Bestrafung gefreut. Nicht! Ihr gebt euch, wie eklig das aussieht. Das war meine Idee, Alter. Wie komme ich auf solche Ideen, Alter? Ich bin einfach so ein Idiot. Und das war es mit dem Video, Freunde. Ja, Freunde, das war wieder mal ein etwas kurzes Video. Aber es war cool, oder? Ja, ich sage euch, ich mag auch solche Videos, wo ich am Mittag und so rede und irgendeine Scheiße labere und einfach alles kommentiere auf meine Art und Weise. Ihr wisst, was ich meine, Freunde. Feiert ihr auch solche Videos? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal. Wenn nicht, dann abonniert nochmal diesen Kanal. Ist egal. Lasst gehen ein Like da, Freunde. Und folgt mir gehen auf Insta. Und auf Insta reicht schon. Auf jeden Fall, Freunde. Ich gehe jetzt weiter schlafen. Ich bin gerade aufgestanden, habe das Video geschnitten. Und jetzt schlafe ich weiter. Spaß, Freunde. Ich muss noch ein bisschen Sport machen. Also, Freunde. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Jede Woche werde ich versuchen, ein Video, so ein bisschen langes Video so machen. Shorts kommen sowieso, aber etwas längere Videos kommen auch. Jede Woche einmal.